Hey Leute, weiter geht's in Pokémon SoulCyver In Emo City Ja, das ist ein Trainerpass, weil das auszusehen Ähm, ja, ich werd jetzt mal mein Fightbug, mein schwächster Pokémon, im Moment an der erste Stelle setzen Ich werd mal hier runter gehen Jetzt gibt's hier was interessantes Eine Dunkelhöhle, ich guck mal ob Kleinschein Blitz lernen kann Was ich jetzt aber nicht glaube Nein, leider nicht Jemand außer Amparos kann's lernen Ich fahr einfach mal so durch Ich brauch mal Blitz hier drin nicht unbedingt Aber ich setz lieber nochmal Schutz ein Super Schutz Und, ja, okay Tivo Long Und, ja, ich bin dran Ok, ja, ähm, hier ist der M54-Druck-Schlag zu finden. Weiß nicht, wo ich hier gerade gelandet bin, aber... Ich schaue einfach mal weiter. Ich weiß, was ich brauche aus der Kaskade, wenn ich das mal einsetzen muss. Fisch gehabt. Ich weiß, was ich hier noch nicht, was ich hier nicht... ich weiß wo ich jetzt rauskommen bin ja da in viola city bin ich nämlich rausgekommen hier finde ich noch einen drang guck mal was hier lang geht schwarze flöte auch nice stehe ich jetzt weg nicht mehr muss ich wieder einsetzen und ja ok wir gehen jetzt lang hier geht es wieder zurück ok und hier war stärker das passt ja auch jetzt hier dann lang und da geht es irgendwo runter und noch irgendwo hoch und wieder runter ich will noch einen superheil aufbinden soo weiß eigentlich auch nicht wieso ich diese Hülle eigentlich gefunden aber jetzt gibt es irgendwo was interessantes ich habe ja schließlich auch hochschlag gefunden jetzt finde ich auch irgendwas besseres hier ein Hübertrank auch nicht schlecht und ja jetzt hier noch zu lang und ja wo wir jetzt hier raus bis 46 ah ja gut bin ich etwas weiter gegangen ja jetzt bin ich hier ganz weit unten ich guck mal was es hier noch gibt ich guck mal was es hier noch gibt hier ist noch ein wanderer und ja ja also ja sieht man da ziemlich schwache Level Kleinsteins ja die kann ich alle schnell mit Durchbruch erledigen ich würde mich jetzt zwar ein bisschen unnötige Zeit kosten aber ich werde schlimm dann so auch ein kleines Stein so 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 ich glaube es ist kaum dass das letzte noch irgendeine Anmerkung sind wir ja jetzt ist wieder ein Kleinstein relativ wenn er auch immer ist tschüss Kleinsteiner ja so Ludwig ist siegt na wir können nochmal ja natürlich gehts nicht weiter aber jetzt legen wir mal ein bisschen wieder zurück nach dem Holze ziehen so ich nehme hier mal weiter hier gibt es ja auch noch Trainer soviel weiß und ja ich denke mal dass die stärker sind die Level 13 so dem einzelnen können wir jetzt ausweichen aber den werde ich später noch nachholen ok naja er hat sein Moshock Level 28 und das war es auch schon von ihm so guck mal was es hier noch gibt jetzt wieder ein Wanderer der war hoffentlich diesmal stärkere Pokémon besitzt ja sieht schon besser aus sieht schon besser aus so 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 und ja und dann gibt es viele andere Wege hier runter zu kommen und die werde ich mal alle genommen eben auch die ganzen Trainer zu besiegen so 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 okay so okay 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 so 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 ja Leute dann werden wir hier ähm unsere Erkundung im nächsten Fall fortsetzen bis dann also ciao